Mein Name ist Torben Krohl von hier Kassel, der neue Torwart. Ich habe hier den Tipp von uns für nächste Woche, Westfania Gruppe Staffel 1. Einfach mal Freitagabend, Beginn der Liga mit BSV Roxl gegen Tus Hiltrop, 2-1 für Tus Hiltrop. BSV Roxl Aufsteiger, ich denke, die können ihre positive Motivation mitnehmen. Samstag geht es weiter mit Viktoria Haydn gegen SV Schermbeck, 1-1. Dann am Sonntag wieder eine Begegnung zwischen Tus Hiltrop und Jek Kassel. Wir haben leider heute das erste Spiel im Westfalenpokal verloren, aber wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal zurückmelden und da tippen wir 0-1 für uns. Viktoria Klauts gegen SC Preußen Münster, 1-2 für Preußen Münster. Preußen Münster jedes Jahr eine richtig gute Truppe. Suspat Westerkotten, SV Zweckel. Westerkotten Aufsteiger, Zweckel Absteiger, 0-2 für Zweckel. Spielveränderungen Wreden, SC Herford 2-2, SV Spexert und SV Rödinghausen 2, 1-2. Ich denke mal, dass da wieder Verstärkung von oben kommt, deshalb 1-2 für Rödinghausen. Und Delbrücker SC gegen SC FC Gievenbeck mit 0-1. Das sind unsere Tipps. Mal schauen, wie gut wir abschneiden und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal.